Ein herz erfrischendes Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Overwatch. Mit dabei sind Dalu, Kundran, Shigo, Anne und der Graebs. Hallo. Hallo. Hey, wir haben doppelt einen. Ja, wir haben zwar Pharah als Verteidiger. Ja. Ist das nicht schlimm? Ist das nicht schlimm? Ist ein Angreifer, weiß ich nicht, wie schlimm das ist, kannst du ausrechnen. Ich kenn mich ja nicht aus, ich wollt's nur mal sagen, ne? Oh, Kundran, als ich klein war, hatte ich einen Coaster von dir an der Wand. Oho, bist du noch da? Ich hab jetzt einen Coaster. Okay, oh komm, warum ist der Weg so weit? Schnell, 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 Goro. Ich bin die Vogelscheuche hinter dir. Ja, Goro. Äh, leg mal hier ne Bärenfalle hin, einfach hier. Ich genieße die Ruhe, auch wenn sie nicht lange haben. Es kommen die Pfeile in die Luft. Der Drache erwacht. Nicht so, dass sie die gleich kaputt machen werden oder so. Nö, machen die nicht. Machen die nicht. Da läuft einer rein und der kriegt dann die Pfeile aufm Kopf. Stopp. Das stört. Ja, vielleicht kriegt ihr die Pfeile trotzdem beim Kopf, die kommen ja trotzdem da runter. Da kommen sie. Es ist im Kino, ist das besser. Oh Scheiße, da oben ist ein Gegner. Das ist doch ein lauschiges Plätzchen hier. Ich schicke dich wieder. Ich schicke dich wieder. Ich schicke dich wieder. Alles klar. Zeit für Gegenverkehr. Ich geb dir doppelt Schaden. Ich geb dir doppelt Schaden. Es ist immer das Objektive halt aufzuhalten. Reinhard is down for the count. Ich hab einen gekillt. Ich bin der Medic, Jungs. Achso, ja stimmt. Und Cheego. Und Anne. Deswegen sind da so viele gestorben. Ja. Nein. So, einen weniger den wir heilen müssen, als ich gern. Siehste, die Anne hab ich auch gerettet gerade, ey. Och, McCreeley. Einer in meiner Falle drin. McCreeley ist halt einfach zu stark. McCreeley-Creeley. Ey, muss ich nie nachladen mit der, oder wie? Wie wurde... Jetzt komm schon! Gib mir doch hier den Lucky Strike! Ja, endlich. Leute. Wagen fällt durch. Hinter euch McCree. Ja. Oh, oh. Den hättest du auch machen können, Kundra. Nachher verschlimmt, Anne. Och, natürlich kommt dann noch der McCree. Den Checkpoint kriegen die, denke ich, nie. Ja, aber wir haben ja auch diese Helden doppelt. Ist das jetzt schlimm, oder nicht? Dann wollen wir McCree spielen. McCree im Checkpoint. Schlimm ist das nicht, aber... Es gibt halt, es gibt halt effektivere Helden. Besonders eine Verteidigung. Ja, weil wir halt Charaktere brauchen, die an dem Auto dran sind. Was ist, Anne? Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg! Hinter dir! Komm ran! Oh, Mist. Du bist getötet worden. Waaah! Eclip-Move. Du schaust. Boah, Doppelkill mit Grenz und mir, ey. Bringt uns gut. Wenn der Tank nicht da ist, müsst ihr eigentlich... Oh Gott, die haben noch einen Affen, aber... Bauen ist sie! So, jetzt sind ja aufgeräumt, alle! Da schreien Leute an. Bin ich langsamer, wenn ich heil, ja, ne? Du kannst doch mit Shift hinterher fliegen, wenn du heilst. Ja, ja. Glaub nicht mal, dass du langsamer bist. Oh, die schieben einfach durch. Äh, der Wagen wollte immer noch. Ja. Haben wir keinen Tank? Ah, doch. Doch, aber ich war tot. Wat? Das war nicht schlecht. Der... Die Ulti von Soja ist der Aim-Hack, ne? Also so... Dass er nicht... Dass er nicht verfehlen kann. Das bringt zu nix, das bringt zu nix! Okay, Leute, dann müssen wir gewinnen. Damn. Diese Chance wird nicht verschenkt. Ein Ulti ist ready. Ha, Koro ist der. Wenn Kunran sich hier vorstellt, dann kommen wir nicht durch. Hier war ein Soldier! Jetzt bin ich halt Ko. Beste ist, wenn du ein Stück nach links gehst, Kunran. Dann seh ich nämlich auch was. Andere links. Hier kommt rechts. Rechts ist einer. Ahhhh. Schild ist down. Ich fand's ja... Den Lucio machen wir. Ja. Lucio, der ist zu schnell für mich, den müssen wir machen. Eingefahren. Down. Sehr gut. Okay, jetzt zurückschieben. Los, alle ran hier. Soldier ist hier unten drin. Kunran, wenn du... Dich links von mir nehm... Also die Kämpfe stell... Ne, rechts, mach mal rechts. Mach mal rechts. Komm, schieß da, Kanara. Oh, da muss ich hin. Bei dir kommen die Tanks. Ja, ich hab einen gefroren. Drei Tanks haben wir. Hinter uns, hinter uns. Nice. Ich hab kein Leben mehr. Hab dich schon. Äh, McCree ist bei uns aufm Spot da. Hinter dir, Kunran. Hinter dir. Ja, ja. Er ist down. Sehr gut, Chico. Ist er down? McCree ist down. Von oben? Aber... Tötet da einen Instant mit der Ulti, der eine? McCree, nur wenn er aufgeladen hat. Also wenn man ihn noch früh genug tötet... Achter down. Achter down. Und... Eilung, please. Wir schieben immer noch. Wir sollten da drangehen. Ich bin hier im Ding. Ich verleb' euch. Nein! Panzer time. Hammer time. Einer hat es low. Links, links. McCree schon wieder bei uns an der Base. Low. McCree ist down. Oh, Soldier hat mich. Die hol' mich halt immer weg, weil von links und rechts die rumgehen. Notog hat sein Ulti. Oh Gott. Komm jetzt erst wieder. Komm schon Leute, try hard. Hauptsache er geht an den Wagen ran. Oben auf dem Container ist er wieder. Ich bin tot. Oh, einer hat ihn geschubst. Die Raketen schubsen doch, oder? Ja. Aua. Jetzt, wenn ihr nicht hingeht, ist der Wagen drauf. Hinter euch. Ich sterb immer. Ihr müsst die Leute von den Flanken wegholen. Aua. Wir haben kein Damage. Oh. Oh man. Was macht denn Damage? Das, was du hast, macht Damage. McCree wäre zum Beispiel gut gewesen. Ne, Farrah macht auch schon viel Damage. Ja, aber Farrah ist halt Fernkampf. Die schieben, die haben die ganze Zeit geschoben, ohne dass das irgendwie aufgehalten ist. Macht ja auch keinen Sinn, mit Farrah im Nahkampf zu sein. McCree ist halt Close Combat. Ja, ja. Highlight des Spiels. Und den habe ich nur in der letzten Phase gespielt. Ja. Da spiel ich halt mal ein bisschen blind durch Kundran durch. Ach nein. Hat er schon sehr gut gemacht da. Ah. Machen wir gleich den Panzer noch. Den machen wir nochmal. War ja nur ein Triple Kill, oder? Hat er verdient. Like ever. War ein Triple Kill, ja. Hallo, ich hab drei Endres direkt gegen den Treffer. Das ist voll gut. Das ist auch gut. Aber gegen 12.500 Schaden. Na gut. Oh man, nicht so sein. Einfach Gold. Einfach Gold. Wilber. Wuuuh. Dann längst so am Rhein drin. Nur acht Kills. Lötte. Ich bin schon immer glücklich, wenn ich öfter mehr Kills habe, als ich sterbe. Ja. Manchmal sind es die kleinen Dinge. Acht dir denn, Tanks? Kein Spaß, Anne? Nee, ich spiele am liebsten Support. Aber da Chico schon immer so gern Support spielt. Ich habe doch jetzt die ganze Zeit Mei und Dinges gespielt. Ich habe noch keinen einzigen Support gespielt heute. Ich will halt auch nicht immer den gleichen Lübel spielen. Also ich spiele total gern Mercy, Symmetra und Mei. Und halt Widowmaker. Das ist der einzige nicht unterstützende Held, würde ich sagen. Das sind so meine Lieblingshelden bisher. Spiel mal Soldier an, ne? Lucio kann ich nicht so viel mit anfangen. Noch mal Soldier. Soldier habe ich letztes Mal schon probiert. Ist das jetzt gegen die gleichen nochmal? Ja, mach nur mal Soldier. Jetzt greifen wir an, ja. Okay. Ich will halt auch alle Helden mal ausprobieren. Jetzt müssen wir quasi schneller werden, damit wir es noch schaffen können. Aber Tank, mach mir gar nicht was. Nein, nein. Das gibt es so nicht. Das wäre Ranked. Es ist einfach nur, dass trotzdem jede Map zweimal gespielt wird. Das Match war eigentlich vorbei. Du hättest auch gerade einfach rausgehen können. Ah, okay. Kannst auch ein Match rausgehen. Hört auf mit dem Quatsch und macht euch bereit. Wie viel Schadensboost gebe ich denn immer? 20% laden. Hey. Wenn wir Junkrat hätten, könntest du die Ulti schon aufladen. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Hallo. Farrah kann das auch, oder? Farrah kann das auch, ja. Muss nur gegen die Wand schießen. Hallo. Hallo. Den Skin finde ich von Genji gar nicht so schick. Den finde ich eigentlich... Ja, aber die anderen sind auch scheiße. Ne, der ganz Schwarze, der legendäre Schwarze, der ist cool. Der Rest ist Morax von Genji. Zeig mal den Skin von Genji. 4. 3. 3. 2. 1. Speedboost. Und tot. Das Geschütz hat nicht... Oh shit. Sniper da hinten. Ich hab das Geschütz nicht down bekommen, das hat 1 HP. Ich hab's down! Aber ich bin auch down. Ich auch. Ich hab's down, ja. Spielt Shiko den Charakter, der so am besten aussieht wie sie? Was? Der Reinhardt. Hä? Hast du mich ja fett genannt? Komm, der Reinhardt hat nur noch 3... Wow. Ja. Wow! Kommt der Torbjörn rein! Oh Gott ey. Oh Gott ey. Like a new. Ich hasse dieses Level. Ich glaub das ist das Level, was ich am meisten hasse. Nee. Ich hasse Volskaya Industries. Nee, King's Row. Schon wieder ein Geschwütz ey. Ja, aber glaubst du denn? Über uns ist ein Soldier. Glaube ich. Ich glaube es ist ein Soldier. Voltencore. Oh Gott, nein! Vorsicht! Einfach hinter das Fahrzeug, geht in das Fahrzeug. Voltencore immer noch. Ach scheiße da oben, Soldier. Wo kommen die alle hier? Immer noch. Hier. Oh nein! Nein! Oh Mann ey. Ich krieg gar nicht zu. Los, mach's fertig! Los, 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 los! Wer steht da? Ja, läuft, läuft. Ah! Ganz heimlich mal eben. Bin tot. Spiel Soldier haben sie gesagt. Es wird Spaß machen haben sie gesagt. Macht's doch Spaß, oder? Nee, macht's gar nicht. Dann spiel du Nuzio, lass uns weg sein. Hey, ich hab nen Kill gemacht. Heila! Bin unterwegs, aber du rennst immer hinter die Bande irgendwie. Ahne? Ja. Willst du Nuzio spielen? Nee, nee, alles gut. Kill spielen mag ich gar nicht. Dann spiel Farah. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Du ihn! Okay. Mach mal den Zaun da oben weg. Ich krieg den da oben nicht weg. Ich kann nicht von allen Seiten. Alter. Was da los? Ich hab Torbieren weggekickt. Oh mein Gott. Wo ist das Geschützt denn da? Oh, hier ist irgendwo ein Sniper oder so am Shit. Oh, wie viele denn da kamen? Vorsicht Kundran, da sind alle tot. Da im Zuge ist einer. Hehehe, Widow hat sich selbst abgeschossen mit ner Sniper. Ich hab euch gerettet, Leute. Da ist immer noch der Soldier da oben drin. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Wie den Scheiß? Ich hab ein Multi. Meine ist auch ready. Alles klar. Wovor ich schiebe mag, ist mir den Soldier da oben weg, ja? Der Soldier steht ganz hinten auf der Kreuzung. Nein, der steht hier nicht. Er hat mich grad getötet, aber dann stehen wir mal eins. Der hat jetzt grad dreimal hier auf dem Zuge. Ja, aber das ist schon lange her. Der ist jetzt auf der Kreuzung. Ich will ja weg. Ich will ja weg. Ich will ja weg. Ich will ja weg. Du Schützt weg. Ja, komm. Jetzt wird es erstmal massiv. Nein! Na, natürlich kommt ja auch wieder Molten Core. WTF? Wat da... Wo's da reinhat da... Dieser Kugeltyp ist auch witzig. Den Yatta. Habe ich auch schon einmal gespielt, aber ich finde den nicht so leicht eigentlich. Du musst halt die Kugel schieben, aber... Links im Tunnel. Oh, da links ist das Geschütz, Vorsicht. Geschütz down. Torbjörn ist noch da drin. Ration down. Wir pushen mal doch. Geschütz steht wieder. Können wir ja doch. Mach das doch kaputt. Das Geschütz ist kaputt. Oben Sniper. Sniper oben auf dem... Die ist fast tot, hier noch 1 HP oder so. Sniper is down. Kann ich nicht sehen, leider. Hinter dir. Reinhard oben auf dem Dach. Wer steht oben, Panzer. Schnell, 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 schnell. Hinter euch. Wart down. Barriere. Sehr gute Bäschen ist platt. Okay, hab ihn weggemacht. Backpoint erreicht. Macht es weg. Er hat ein Geschütz im zweiten Tunnel drin. Macht es weg. Geschütz ist down. Oh Gott, oben ist irgendwas. Ich hab zwei getötet. Vorsicht, versteckt euch. Oben ist der Soldier. Hinter uns oben. Molten Corps. Oh mein Schild. Der Soldier steht links. Soldier hinter euch immer noch. Oh shit. Hinter dir, Anne. Alles gut. Ich bin schon tot. Der Soldier ist immer noch da oben. Chico, kannst du nicht... Ach ne, er ist jetzt hinter uns. Soldier ist unten. Nein, das Geschütz hat noch einen. HP Grants. Oh, 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 ich flieg zu weit. Zu weit. Ah shit. Hast du runtergefallen, Chico? Ne, ne, ich hab nur weggekickt, aber nicht platt gemacht. Und ich bin zu weit gefahren. Es ist Trimless down. Oh, da unten. Oh, ich könnte kotzen mit dem Schild hier. Ist jemand hier? Mach ihn mal tot. Der Tank hat kein Leben mehr. Sollst du da irgendwie mal an dem vorbei? Jetzt sei down. Ja, sehr gut. Hab dann. Von links. Linke Seite May. May. May is down. Ich werd grad eingekesselt. Von oben? Von der Brücke? Oh, ne. Oh, oh, oh. Ist das Schild, Kani? Torbjörn hinten. Wo bist du? Da, unser Foto. Torbjörn down. Von hinten? Soldier? Ach. Den Jett hat sie unverwundbar gemacht. Bestin down. Okay. Tear it down. Oh Gott. Geh gesund und runter. Boah, ist das jetzt ein weiter Weg schon, ey. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. May ist immer noch rechts. Oh, shit. Habt ihr die May? Ja. Ne, die ist aber zurückgelaufen auf jeden Fall. Feindliches Geschütz voraus. Okay, jetzt kommt der spannende Teil, ne? Ja. Feindliches Geschütz fertig. Wann fällt das denn los hier? Jetzt aber. Geradeaus ist irgendwas. Ich glaub, das ist das May, ja. May ist da. Hinter euch ist was. Rechts kommt jetzt was. Kommt ganz. Er hat uns im Visier von hinten. Mach den weg, Reinhard. Von rechts kommt der Sonder. Woa. 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 Shit. Guck mal wo ich bin. Ah, tot. Von Heiler. Oh Gott, ist gestorben. Okay. Einer down. Boah, ich halte echt nichts aus teilweise. Oh, shit. Oh, ich bin eingefroren. Doppelkill. Ja. Ja. Danke. Sehr gut. Jetzt wird massiv, Leute. Schön gecontert. Oh, oh. Vorsicht. Aua. Oh, Anne. Geschützt down. Oh, ich wurde gehammert. Hinter euch, hinter euch. Irgendwer? Ich hab wieder voll auf dich zukommen. Ach, tot. Oh Gott. Und dann. Und dann. Down. Oh, ne. Keine Chance. Okay. Eine Minute haben wir noch. Noch mal sammeln und stand drauf. Ja, wartet, wartet, wartet. Ja, das Problem ist, die bereiten sich jetzt halt vor. Aber. So hab ich noch einmal Down gemacht. Wir haben zwei Ultis. Von Grenz und von Anne. Wo seid ihr? Wir sind da. Kaputt. Ausklar. Dann los. Oh, mein Chill. Get down. Warte. Geht's noch nicht. Ah, wunderbar. Kannst ja eh nochmal warten wegen der Alpha. Danke, Mei. Und weiter geht's. Wie konnte das so viel Schaden machen? Barriere. Achtung. Oh, warte. Oh, ne. Die haben sich jetzt guter geblinkert, ey. Der Volkmann ist down. In Westland nicht mehr viel. Der wird sich jetzt heilen, rechts. Oh, ich bin down. Warte, ich hole euch wieder. Jumping up! Come on! Panzer! Come on! Panzer! Ah, fuck! Ich bin da rein. Panzer down! Das ist ja so, als würden sie hier schreien. Ich komm nicht hin, ich komm nicht hin. Ein Heal-Ding mehr gefunden. Ah doch, ich bin da. 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 Oh nein, ich bin da. Oh nein, ich bin da. Komm ran, hab ich's wieder. Komm, es sind nur die Lappen am Auto da. Hinter euch der Bastion. Ich hab euch wieder geholt noch, bevor ich gestorben bin. Oh nein. Oh, wir haben Play of the Game mit so einem Bullshit, ey. Ich krieg Klee. Oh nee, Mann. Komm schon ran nach. Geschmolzen, I can. Play of the Game is Torbjorn, ey. Ja. Puh. Hallo. Da sieht man dann aber den Unterschied zwischen defensiven Helden und dem, was wir hatten davor. Ja, das stimmt. Das sehe sogar ich als Anfänger, ey. Ja, aber Torbjorn will doch keiner spielen. Ja, Torbjorn ist ein super Hero. Ja, natürlich, du haust ja auch regelmäßig Play of the Game. Aber Spaß ist da nirgendwo versteckt in dem Spiel. Wieso denn? Er macht das ja richtig. Er hat sein Geschütz hingestellt und läuft rum und schießt die Leute ab. Das war super. Ich hab elf Kills mit meiner Ulti gemacht. Mhm. Und es wird nicht honoriert. Na gut, Leute. Guckt in die Videobeschreibung. Da sind die Links von den anderen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf Overwatch. Bis dahin. Tschau. Haut rolli.